Hallo meine liebe Freunde in Deutschland! Ich bin Alex Miskow und bald mache ich eine große Tournee auch in Deutschland und es gibt noch ein Konzert in den Niederlanden auch. Ich bin super aufgeregt, euch meine neue Musik zu spielen, Gitarren Innovationen zu zeigen und auch meine neue Signature Gitarre vorzustellen. Lass uns dort sehen! Bis bald!